Hallöchen! Hier ist niemand, keine Sorge. Wo stecke ich denn jetzt ein? Na gut, das ist keine Leiche, was ich mit dir anstellen werde, aber... Wo stecke ich dich denn hin? Ja, Ma, was soll ich dich denn hin tun? Erzähl mir das mal! Ja, natürlich hat sie das. Das sag ich dir jetzt einfach mal, aber in Wirklichkeit hat sie dich nicht erwähnt. Kleines Mistgürtel. Also auf mich dann noch zu fragen! Komm, du darfst Treppe runterrutschen. Nee, nee, lieber nicht. Nicht, dass sie noch selbst sich ihr Genick bricht. Das wäre ein bisschen unschön. Unschön, unschön, unschön. Was tust du da, Chicken? Unten umgucken wolltest du dich doch erst mal nach System vorgehen. Aha, System. Aha. Kami, niemand wird mich hier finden. Schön für dich. Boah, ob es auch hier so tausende Geheimgänge gibt. Oder eine gigantische Höhle unter dem Anwesen. Und anstatt Fledermäuse halt, keine Ahnung, pflanzen. Nein, da wird man ja pflanzen hier drinnen. Du Genie. Wehe, hinter mir läuft jetzt jemand, wenn ich gerade mal diese Hexe entführe. Aber nein, das wäre ja zum Glück nicht so der Fall. Wie großzügig von dir spielt. Du meinst auch, hier nach den beiden Dingen, die draußen passiert sind. Einmal mit der Hexe mit der roten Jacke. Ich habe sie auf dem Stein wohl diese ablegen. Und dann... Zack, selbst im Bewusstlosen zugestanden. Einfach mal tausend Meter weg teleportieren. Und in den Tod fallen. Hey, vielleicht ist ja so diese eine Person in der Sauna 2 gestorben, von der ich keine Ahnung habe, dass sie gestorben ist. Spielstatistik, die du mir gesagt hast, dass da jemand tot ist, obwohl ich jemanden getötet habe. Kommst du auch noch? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Boah. Aber jetzt habe ich nicht Iris Bond auch. Das war ekelhaft. 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 Da geht es nach Ubin. Ubin. Ja, weil sie keinen Bock mehr auf dich hatte. Ich dachte, das wüsstest du. Müsst ihr die ganze Zeit so summen? Toi, jetzt habe ich mehr Mana verbraucht. Danke dafür. Geh doch weg! Ach, da steht noch eine. Oh, danke dafür, Maus. Du drehst dich jetzt nicht um. Du drehst dich jetzt nicht um! Ne, ne, da ist niemand. Geh weg! Guck mal, da hinten ist ein Eichhörnchen! Guck mal, da hinten ist ein Eichhörnchen! Mach dir keine Sorgen, Liebes. Da ist nichts. Was ist denn, meine Liebe? Du hast gerade gesagt, da ist nichts! Wieso guckst du weiter in die Richtung? Als ob da was wäre! Ruhh, oder? Oh, da ist nichts! Doch! Da ist alles gelungen. Das ist alles gelungen zum Leben. Diese ist alles gelungen. Das ist ein Eichhörnchen. Und's versteckt! Das ist nichts. Da ist das etwas gelungen. Gut, dass sie ausgewichen ist. Essen! Stand das vorhin da auch schon? Was soll ich jetzt einfach so liefen? Mir ist doch egal, ob mich. Die haben mich sowieso schon gesehen. Hier oben auf dem Kronleuchter auf jeden Fall nicht. Wo findest du mich halt? Ne, und? Zu dritt, ihr spinnt wohl. Oh, jetzt ein Gaspfeil. Wach auf, dumme Nuss. Wir wissen, dass du hier bist, du miese Ratte. Keine Ratte. So schlau bist du nicht. Komm raus und spiel mit uns. Ist das schon eine vierte? Ich weiß, dass du hier bist. Aha! Ja, ich glaube, die haben mich gesehen. Weg. Ich lass doch mal ein bisschen abchillen, ne? Wo waren die Türen zum Westflügel? Da vorne. Oh, da vorne ist auch noch eine Tür. Außenbereich. Ist da nicht die Eingangstür? Woher würde mich das denn hinbringen? Tschüss! Was war denn die andere Tür dann? Okay, anscheinend ist das die Eingangstür. Äh, hier ist vor allem gar keine Tür checken. Wieso dachte ich, da wäre jetzt irgendeine Tür? Okay, checken wir sein Genie. Nein, ich will den Schädel zerstören und nicht betäuben. Oh, überall Hexen. Das Bösen. Noch ein Artefakt. Die stehen da auch so genial. Kommt her! Dein Blut gibt ein feines Süppchen. Die werden wahrscheinlich erst hochteleportieren und dann Zeit anhalten. Ah, ja, Sechsen. Tochter von Tyvia! Schön für euch. Das tat ich auch, ja. Können Sie mich lehren zu küssen? Nein. Och, jetzt ist Hundi-Hundi wach. Naja, der kann eh nicht durch... ne, Türen öffnen. Das wäre ein bisschen seltsam. Ja, Hündchen stellt sich auf seine Hinterbeinchen und Vorderbeinchen, damit drückt er die Klinke hinunter. Ist hier oben echt nichts? Hallo, Mr. Hundi, da liegt ja noch einer. So, weg mit dir. Ja. Ja, don't mind me, ne? I'm just passing through. Kamin versteckt. Bin ich feuerfest? Ich glaube nicht. Da muss ich irgendwo von der anderen Seite rankommen. Krieg doch da drunter, Daud. Also, Korvo hätte das getan. Na gut, du bist nicht Korvo. Ach, darunter möchtest du kriechen. Hilfe, Hilfe, ich werde von allen verfolgt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist das nicht sogar... Ich glaube, das ist es sogar. Ja. Glückwunsch-Chicken. Zigaretten. Delilahs Atelier. Oh nein, wie soll ich da nur rüberkommen? Hoppla, ich hab's irgendwie geschafft. Ah, Zeichnung von Emily. Und diese seltsame Laterne. Ich weiß nicht wieso, aber ich will sie mitnehmen. Jetzt, wo das Gemälde vollendet ist, werde ich in die Haut der jungen Emily schlüpfen und ihr Gesicht wie eine Maske tragen. Herr Pflöck und seine Speichellecker werden das Kind auf den Thron setzen, aber in Wahrheit werden sie mich krönen. Delilah, das Küchenmädchen aus dem Dunwall Tower. Sie nannten mich Sokolovs Schülerin, aber wessen Gemälde erreichen den menschlichen Geist? Meine. Sie werden ihren Irrtum niemals bemerken, aber ich werde ihnen die Augen öffnen, bevor der Scharfrichter seines Amtes waltet. Meine Anhänger werden die Laterne in die Galerie bringen und damit den Weg ins große Nichts öffnen. Dort werde ich mit dem Gemälde das Ritual vollziehen. Mein Gang in Emilys Körper darf nicht gestört werden. Das Ritual hat noch andere Zwecke, die ich mit der Zeit erforschen werde. Jedes Bild aus meiner Hand könnte als Mittelpunkt des Zaubers dienen. Ich stelle mir allen meiner Feinde als Stillleben vor, gefangen in einer Obstschale, ohne jedwediges Vergnügen. Also Delilah will Emily dazu benutzen, Kaiserin zu werden. Ja, ich würde mal sagen, ohne uns. Delilah als Kaiserin. Das Heulen aus dem Jenseits. Ja, wein, 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 wein. Ich würde auch am liebsten weinen wollen. Lampard hat auch so geklungen, als würde sie heulen. Hinsel. Galerie. Ist die echt schon nach vorne? Gut, aber wo wollen wir eigentlich noch gar nicht hin? Ich könnte ja trotzdem soweit hier alles entschärfen, ne? Ich muss ja noch nicht reingehen. In die Galerie. Ah, vielleicht wieder das Knochen-Artefakt. Also. Also. A. Vielen Dank.